Ab dem 1. Juli 2015 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Erdgeschosswohnung liegt in Moisburg. Die Wohnung wurde 2008 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Erdgeschosswohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 72 m². Die Gesamtmiete dieser Erdgeschosswohnung beläuft sich auf 745 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.